Das ist echt ein cooles Feature. Komm wir haben es gleich. Ich gehe schon mal zum Auto, mit dem wir gleich flüchten. Tja, man sollte immer ein Ziel im Leben haben. Was ich schade finde, ist, dass man nicht hupen kann. Ich würde gerne hupen können. Guten Tag. Don't mind me. Ich bin niemand. Ups. So, Mission erfüllt, dann die Spur des Generals nochmal, nochmal ins Gefängnis. Tut mir leid für euch, wenn es für euch langweilig ist, aber wie gesagt, es ist einfach ein Grind und das lässt sich halt auch nicht schönreden. Ich finde es ein bisschen schade, dass die 3-7er-Missionen bei Koani und recht nebendran nicht mehr verfügbar sind aktuell. Aber vielleicht, wenn wir die hier haben. Ich guck mal gerade. Oh, die sind wieder da. Juhu. Wurden die alle gesettelt jetzt? Wegen dem neuen Tierlevel? Ja, sieht so aus. Yeah, wir haben wieder mehr Auswahl. Nice. 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 Nice, ein Stein. So. Ich bin der Pilot. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Jederzeit. Ich bin in Form. Ganz enorm. Schauen wir mal, ob es diesmal klappt. So wie ich mir das vorstelle. Das Gefängnis ist noch sehr zerstört gerendert. So. Schauen wir mal, ob wir es diesmal schaffen, ohne auf dem Boden aufzuklatschen. Das wäre ganz geil. Oh, der Scharfschütze ist rechts. Okay. Was ich auch gut kann, ist den Fallschirm zwar rechtzeitig ziehen. Also theoretisch, aber dann irgendwie an dem Laternenmast oder so hängen bleiben. Und so dann halt so sterben. Ich habe die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Scharfschütze oben auf dem Turm. Ich riskiere mal keinen Schuss. Vielleicht aber auch doch. Der Heli könnte zum Problem werden. Drohne fliegt. Das macht fünf. Kann ich wieder aufklären? Ne, noch 23 Sekunden. Ich hoffe, die Qualität ist gut. Auf YouTube auch, wenn es gerendert und von YouTube nochmal inkodiert ist. So, komm noch einmal. Hier einfach, damit wir alle haben. Sammeln, Leute. Alles klar. Äh, das wollte ich nicht. Ich wollte das hier. Die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzuklären. Das muss er sein. Mal sehen, was er weiß. Leider kann ich von hier aus nix machen. Der verdächtig. Was? Ihr Vollidioten. Ähm, ich kann das glaube ich nur noch auf eine Art und Weise retten. Spiel. Mit Teamkameraden spielen. Nein. Huch. Scheiße. Jetzt wurde der entdeckt. Prima. Ganz klasse. Ganz, ganz, ganz großes Kino. Und weg. Ja. Ah, ich hasse es, wenn die Bots entdeckt werden. Ich hasse es, wenn die Bots entdeckt werden und alles zunichte machen. Ah, wie ich das hasse. Ich kann euch nicht genug sagen, wie sehr ich das hasse. Ich kann die Bots halt auch nicht irgendwo draußen stehen lassen. Weil, jetzt kann ich es wieder anmachen, meine Wiederbelebungsroboter. Ich kann sie halt auch nicht irgendwo stehen lassen, weil es dann heißt, entferne mich zu weit und dann beamen sie sich doch wieder her. Alles okay, alles okay. Scharfschätze, oben auf dem Turm. Die Drohne ist oben. Ich habe die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Warum dreht er sich so einfach um? Scharfschätze, im Traum. Wir haben Lichtpaneele hier. So, gehen wir eben wieder in den Turm und machen dort von da aus alles, alles nieder. Scharfschätze, oben auf dem Turm. Scharfschätze, oben auf dem Turm. Shit. Geh in Position. Locker bleiben, alles ist gut. Scharfschätze, im Turm. So. Alles gut, alles gut. Hab die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzuklären. Okay, die schlafen. Scheiße, der weiß jetzt Bescheid. Der weiß gar nichts. Das ist nämlich dumm. Willst du es riskieren? Ja, lieber nicht. Markiere Ziel. Achte auf die Umgebung. Tango markiert. Er steht sehr nah bei Zivilisten. So, dann machen wir nochmal hier die Aufklärung gleich und dann gehen wir eben wieder so rein, wie beim ersten Mal. Ziel gesichtet. Hab noch einen, macht fünf. Da hinten ist noch ein Scharfschützer, den wir beim letzten Mal übersehen hatten. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Scharfschütze im Turm. Ist das ein Luftabwehrsystem? Ja. Scheiß Mörser. Ich hab hier ein paar Lichtpaneele. Ich hab die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. So. Gut. Können wir jetzt rein. Oh. Los geht's. Die zwei hab ich irgendwie eben nicht gesehen. Markiere Feind. Das war knapp. Ja, geht. Das war eigentlich gar nicht so knapp. Geh mir aus dem Bild. Okay, alles ist gut. Nein. Verdammt. So. So. mache ich zuerst die da oben platt. Gehe dann oben rüber ins Gefängnis rein. Nichts gesehen. Das geht. Komm. So. Geht doch. Hier ist ein Soldat mit nur scheiß Minigun. Dicht am Tank. Dicht am Tank. Hey. Komm, erzähl mal, was Baro für ein Schwanztutscher ist. Wir sind eine Chance, die Motherfucker aufzuhalten. Ich suche General Baro. Mierda. Ich war mal im Stab von dem Pendejo. Er war sogar bei meinem Geburtstag, aber jetzt ist ein Schwanzlutscher. Wo finden wir ihn? Ich weiß nicht. Kein Plan, wo er ist. Er hat eine Tochter. Mehr Familie hat der Viejo nicht mehr. Sie ist Regierungsbeamte in irgendeinem Café in Flor de Oro. Wie war denn nochmal ihr Name? Ah, Erendira. Erendira Buendía. Mit ihr kommt ja ein General Baro ran. Dankeschön. Viel Glück. Gut. So, dann General Baro. Oh, ganz da oben. Oh, da. Einziger Weg, an General Baro heranzukommen. Ja, ja. Er ist für seine Tochter. Kennen wir ja schon. Es wird wieder hart. Es ist nämlich ein Hinterhalt. Schade, dass es dafür keine Punkte gibt. Eigentlich müsste es ja Punkte geben, aber es gibt keine. Ich wette, ein Wheelie hast du nicht drauf. Wir können Informationen sagen. Hau auf, die Tochter des Generals sollte hier sein. Ja, ich habe kein Wheelie drauf. Es ist nämlich ein Hubschrauber. Übrigens, wenn ihr... Wenn ihr ihn... Wenn ihr den... Wie heißt es da? Den, der immer sagt... Ich wette, ein Wheelie hast du nicht drauf. Wenn man den durch eine Frau ersetzt, dann sagt die... Ähm, was sagt sie dann? Sie sagt, dann... Kannst du mit dem Bock auch springen. Das sagt sie dann. Hat aber verschiedene andere Dinge, die nicht richtig betont sind. Und deshalb mag ich es lieber mit dem Kerl. Auch wenn er mich nervt mit seinem Scheiß Wheelie. Im Heli. Wir suchen General Baro. Lo siento. Mire, ich kann nicht helfen. Doch, Sie werden. Der General ist Ihr Vater. Warum soll ich das glauben? Weil Sie keine Wahl haben. Sie glauben, das Kartell ist böse? Wir sind der Stoff, aus dem Albträume sind. Papa? Die Gringos haben mich. Amerikanos. Mir geht's gut. Sie sagen, sie wollen dich nur... Nein, ich traue ihn nicht. Er sagt, sie sind gefährlich. Feligrosos. Aber er hat meinen Treffpunkt genannt. So, aber ich glaube für den... Dafür will ich glaube ich den großen Heli haben. Los geht's. Wir brauchen General Baro. Den... Da. Der Raketen schießen kann. Ziemlich viele Blinklichter und Knöpfe hier drin. Ich liebe es, wenn die Rebellen... ...die Fahrzeuge... ...schon halb kaputt liefern. Oder so, dass irgendwie ein Teil davon in den Stein steckt oder sowas. Machen Sie gerne mal. Der Raketen schießen kann. Wer dasiste. Marsinn. Ver. Woled. Da. Bis zum nächsten Mal.